Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan war ein besonderer Gast beim 16. Bricksgitzel in Kazan, Russland. Dies war nicht das erste Mal, dass Erdogan an einem Bricksgitzel als Beobachter teilnahm, aber dieses Mal gewann seine Anwesenheit aufgrund des Interesses der Türkei an einer Mitgliedschaft in dieser Organisation besonderes Gewicht. Obwohl der Kreml vor einigen Wochen erklärte, dass Ankara einen offiziellen Antrag auf Mitgliedschaft eingereicht habe, wies die türkische Regierung dies zunächst zurück. Außenminister Hakan Fidan machte inzwischen deutlich, wir haben den Bricks mitgeteilt, dass wir an einer Mitgliedschaft interessiert sind. Wenn die Türkei tatsächlich diesem Format beitritt, wäre es das erste NATO-Land in einer nichtwestlichen Allianz. Im Rahmen des Gitzels in Kazan führte der türkische Präsident bilaterale Gespräche mit dem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Dieses Treffen fand jedoch vor dem Hintergrund eines Angriffs auf ein türkisches Luftfahrt- und Raumfahrtunternehmen, Tuzas, in Ankara statt. Die Türkei macht die kurdische Arbeiterpartei, PKK, verantwortlich, die von den USA und der EU als terroristische Organisation eingestuft wird. Erdogan und Präsident Putin demonstrierten sofort ihre Solidarität und verurteilten den Angriff, während Erdogan Putin einmal als meinen geschätzten Freund bezeichnete. Putin seinerseits schätzte die Rolle der Türkei bei der Lösung globaler Probleme. Auch innerhalb der NATO hält die Türkei die Kommunikation mit Putin offen. Die Türkei ist nicht nur ein wichtiger NATO-Partner, sondern verteidigt auch den strategisch wichtigen südöstlichen Flügel des Bündnisses und hat die zweitgrößte Armee in der NATO. Seit Jahren verfolgt Erdogan zunehmend eine unabhängige Politik, die darauf abzielt, die Rolle der Türkei auf der globalen Bühne zu stärken. Währenddessen sehen viele NATO-Mitglieder die Herangehensweise der Türkei mit Besorgnis und betrachten ihre mögliche Mitgliedschaft in den BRICS als im Konflikt mit den Prinzipien der NATO.